Hallo Mama und Papa, ich bin's. Ich amüsiere mich hier wirklich total im Cheerleader-Camp. Sicher, wir haben jede Menge zu tun. Vom vielen Staubwedeln fällt mir gleich der Arm ab. Ha, ist mir längst passiert. Scary Murphy lässt uns zappeln. Kein anderes Team muss diese Arbeiten machen. Genau, diese Mädchen da sind von der Flederwald-Vampir-Akademie. Warum kommen die sich eigentlich so toll vor? Weil die so lang sind? Vielleicht, weil sie vier Jahre nacheinander nationale Meister waren. Unsere härteste Konkurrent. Können die auch einen gruseligen Eintopf anrühren? Bleibt cool. Guglia und ich haben uns etwas mega Heißes ausgedacht. Na hoffentlich, denn diese Flederwald-Angeberinnen werden alles versuchen, um zu gewinnen. Alles? Aber es war nicht alles harte Arbeit. Wir hatten auch Gelegenheit, am Strand abzuhängen, während Cleo und Guglia unsere Choreografie austürsteten. Gil, hast du Lust, beim Monster-Pool ein paar Punkte abzuräumen? Äh, also, ich kann nicht. Komm schon, Frischgesicht. Ein Spiel. Wir sind so ein gutes Team. Äh, das passt jetzt irgendwie nicht. Wann denn dann? Ich weiß auch nicht. Ich möchte nicht darüber reden. Nun komm schon. Du kannst mir doch alles erzählen. Aber nicht das, okay? Ich möchte deine Gefühle nicht verletzen. Wir hatten so viel Spaß am Strand, aber wir mussten auch hart arbeiten. Cleo mit ihren Ideen und Guglia mit ihrem Blick für die Gesetze der Physik hatten bald die perfekte Choreografie für uns. Das sieht kompliziert aus. Ganz richtig, Guglia. Wissenschaftlich untermauert. Damit wir gewinnen. Wir müssen es nur einstudieren. Hallo, ihr Hübschen. Wie geht's? Was wollt ihr? Wir wollten euch vor eurem großen Auftreten viel Glück wünschen. Sonst noch was? Ist das eure Choreografie? Ja, sie ist ganz toll. Das hier ist unser Geheimtraining. Also schiebt ab, ihr treulosen Tomaten. Gut, fangen wir an. Ich werde es mit meinem Eye-Connector filmen. Für meine Eltern. Wir beginnen mit Flickflack und Ratschlagen. Dann folgen Jumps mit einer grandiosen Hebefigur. Alles lief großartig. Hi, ich bin's, Frankie, eure Tochter. Okay, ich habe totales Vertrauen in unsere Choreografie. Und wie ihr gerade gesehen habt, werden wir die Flederwelt da wegfegen. Oh, kleinen Moment. Hey, Frankie. Ich wollte dir nur sagen, auch wenn ich nicht mehr zum Team gehöre, gönne ich euch von ganzem Herzen, dass ihr gewinnt. Das ist aber lieb von dir. Ich bin gerade dabei, das Video für meine Eltern zu beenden. Ich wollte es per E-Mail schicken, aber ich kriege hier keine Verbindung. Weißt du was? Ich könnte es für dich mailen. Gib's mir doch einfach auf dem Speicherstick. Danke. Du bist die Beste. Ich muss jetzt Schluss machen, Mama und Papa. Bis bald, dann drückt uns die Daumen. Ihr wollt die Monster High Choreografie gleich nochmal sehen? Achte ich mir. Ich wünsche euch viel Spaß dabei. Bis bald.